Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gervin. Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 72 beim Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Ich möchte mich vorher schon mal ein bisschen für meine Stimme entschuldigen. Wir haben Montag, gestern war Länderspiel in Hamburg, deswegen ist meine Stimme ein wenig angekratzt. Aber ich hoffe, dass euch das nicht stört. Wir haben heute eine sehr spezielle Ausgabe, denn wir sprechen über eine ganz, ganz besondere Spezies an Handballern. Es gibt unzählige Vorurteile über Torhüter, wahrscheinlich auch einige Irrtümer. Wollen wir mal ein bisschen mit aufräumen heute, bringen ein bisschen Ordnung in dieses hochkomplexe Thema Torhüter. Und dazu begrüße ich unseren toller Trainer. Hallo Dragan Jakovic. Hallo, servus. Zur Info für euch, ja, es ist Montag, das heißt auch, dass wir am Donnerstag unser Auswärtsspiel in Leipzig haben. Das wird unfassbar wichtig und wir legen jetzt auch direkt los. Löwen aktuell. Dragan, an dieser Stelle sprechen wir traditionell über die sportliche Lage bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, könnten wir sagen, es könnte schlechter laufen? Okay, ich muss sagen, dass für viele Handball-Experte vor der Saison die Prognose war, siebte oder achte Platz verloren. Und jetzt, okay, wie alle kann sein, sehr zufrieden damit. Ja, wir sind momentan Tabellenführer und das nicht nur, ja, man sagt ja immer vorübergehend, weil dann die anderen noch weniger Spiele haben. Wir sind tatsächlich rechtmäßiger Tabellenführer momentan, weil wir auch einfach stark sind. Das ist so meine Meinung. Wir sind relativ gefestigt in den Leistungen, die wir bisher gebracht haben. Überrascht es dich denn auch so sehr? Nur ein bisschen, weil ich habe schon gesehen in unserer Vorbereitung, dass hier gibt es etwas. Wir sind eine gute Mannschaft, gute Trainerstaff auch und mit solchen Zuschauern, die wir haben, das alles ist möglich. Ich bin mir sicher, dass wir das alle gut einzuschätzen wissen, dass keiner da draußen rumläuft von den Fans und sagt, wir werden dieses Jahr Meister oder sonst irgendwie was. Ist das auch, also ich habe auch den Eindruck, das würde Sebastian Hinz auch nicht zulassen, oder? Dass innerhalb des Teams da so eine, dass man die Bodenhaftung verliert. Okay, unser erstes Ziel war, dass wir besser sind als letzte Saison. Das bedeutet, okay, siebte, achte Platz und jetzt natürlich Europa League ist ein Ziel. Und wir können etwas träumen, aber es gibt noch viele Spiele und natürlich, ja, Schritt bei Schritt. Nehmen wir uns doch mal mit ins Trainerbüro. Ihr seid alle komplett neu zusammengewürfelt. Wie ist denn so die Stimmung bei euch? Stimmung ist okay, gut. Nach dem Sieg ist immer super Stimmung, aber das dauert natürlich bis zum ersten Arbeitstag. Dann ist Fokus für das Training, Fokus für das nächste Spiel und ja. Ich habe heute viele Fragen an dich. Ich möchte vieles aus dem Trainerbüro wissen. Wie läuft denn so ein Tag bei euch ab? Gibt es einen, der immer als erster da ist und dann für alle anderen schon mal Kaffee kocht oder so? Nein, aber ich muss sagen, dass bei Flo ist es so, dass er immer sein Frühstück im Büro macht und für Sebastian oder für mich, das ist nicht in Ordnung. Ach so, das hast du mir erlaubt. Ja, aber es gibt noch dieses Thema Humor von Michael Jakobsen. Ja, ist er aber nicht. Aber sonst, ja, ich habe auch viel Spaß im Büro. Das heißt, ist denn wirklich irgendeiner immer als erster da oder ist es immer unterschiedlich? Ich denke, dass Sebastian immer erster da ist. Immer erster da? Immer erster, dann Flo, dann Michael und leider bin ich der Letzte, aber ich fahre jedes Training, jeden Tag eine Stunde aus Ludwigsburg bis Kronau. Okay. Ist das dann so ein bisschen wie so eine WG? Guck mal, das ist für mich einfach passt alle, ganze Situation, wo ich habe gearbeitet, letzte Saison einfach, das war noch weiter von meiner Wohnung, zwei Stunden bis Schaffhausen in die Schweiz und jetzt da einfach, ich habe viel Freude, viel Spass und einfach Zeit für meine Familie. Ja, das alles passt für mich sehr gut. Wer macht die besten Witze im Trainerteam? Oh, okay, beste Witze, klar, schwer zu sagen, weil ich mache nicht so viele Witze. Da ist Jakobsen versucht, viele Witze zu machen, aber fast niemand lacht, ja, aber vielleicht verstehe ich ganz gute Dänische. Sebastian Hinz hat auch gesagt, er hat auch gesagt, Michael ist der Einzige, der sich selber lustig findet. Er versucht, aber okay, vielleicht, ja. Also ich finde Michael lustig, ich bin ganz ehrlich, ich finde Michael Jakobsen ist eine Witzmaschine, also ist immer gut drauf, immer guten Spruch. Ja, er hat immer gute Laune, das stimmt auch. Aber die Gags sind nicht so gut, sagst du? Nein. Aber es ist doch auch unheimlich schwer, Sebastian Hinz zum Lachen zu bringen, oder? Schafft das überhaupt jemand? Oh, ja, hast du recht, ja, das ist ganz schwer. Das glaube ich nämlich auch, ehrlicherweise. Also ich will nicht sagen, dass der Mann keinen Humor oder so, man soll mich jetzt bitte auch nicht falsch verstehen. Aber er ist, glaube ich, was Witze angeht, schon sehr wählerisch. Also es muss dann schon ganz hohe Kunst sein. Stimmt. Beim nächsten Podcast müssen wir Sebastian Hinze dringend mal fragen, welcher sein Lieblings-Comedian ist. Da kann man ja immer so ein bisschen einschätzen, hat er keinen, meinst du? Rüde, unser Pressechef, sagt, hat keinen. Ja, kann auch sein. Ich habe gehört, es gibt eine Final-Four-Kasse bei euch im Trainerbüro. Was hat es denn damit auf sich? Boah, es gibt eine Kasse, okay, letztes Mal, ich habe zu spät gekommen zum Mittagessen und ja, ich habe etwas bezahlt für das. Wie in Mannschaft, ich habe meine Mannschaftskasse, jede Strafe, ja. Aber was hat es mit dem Final-Four zu tun? Keine Ahnung, vielleicht, das ich weiß nicht. Ich weiß, dass ich habe eine Kasse. Aber ich habe es gerade gesehen, ich habe mir einen Löffel aus dem Trainerbüro geholt. Ja, das ist für die Mannschaftskasse. Und dann steht Final-Four-Kasse da drauf. Deswegen wäre ja interessant zu wissen. Ich habe keine Info. Vielleicht geht ihr schön zusammen essen als Trainerteam. Vielleicht, ja. Das wäre auch nicht so schlecht. Da müssen wir nochmal nachbohren. Ich weiß nicht, wer hat die Kasse auch gemacht. Achso, ja, was kostet so zu spät kommen? Ich habe keine Regeln jetzt zwischen uns, aber sicher in der Mannschaft gibt es eine Regel. Das ich weiß nicht echt. Okay. Da ist Kohli Kassenwart, oder? Ja, Kohli, ja. Reden wir ganz schnell über das Ligaspiel am Donnerstag. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, einen schlechteren Zeitpunkt, um gegen Leipzig zu spielen, gäbe es nicht? Okay, Leipzig. Jetzt war das Spiel Leipzig mit neuen Trainern. Und die letzten drei Spiele waren, wie sehen wir, das war sie gegen Magdeburg, sie gegen Kiel, sie gegen Melz. In Kiel? Das muss man auch dazu sagen. In Kiel auch noch. Dann in Melzungen auch, war auch. Und zu Hause gegen Magdeburg. Zehn Spiele, acht Mal war sie, oder? Ja, okay. Gute Mannschaft. Momentan läuft alles gut und, ja. Ist schon super schwierig. Was ist bei denen passiert? Was hat sich geändert? Weil die beiden Spiele, die wir gegen sie gespielt haben, waren wir bei beiden Spielen sehr überlegen. Okay, neue Trainer, neue Philosophie vielleicht. Und einfach dieser positive Schock nach dem neuen Trainer war. Das ist schwer zu sagen, ja. Einfach jetzt kommt diese Vorbereitung. Morgen, wir machen diese Vorbereitung für Leipzig. Jetzt war die Nationalmannschaft Pause. Und einfach, wir haben morgen diese Vorbereitung für Leipzig. Und dann können wir schauen, was ist der Unterschied. Was erwartest du persönlich für ein Spiel? Ich warte, ich warte wie immer. Unsere Tempospiele, Tempospiele, schnelle Rückzug, gute Abwehr, gute Torwartleistung. Konstant bleiben, 60 Minuten und, ja. Ich hatte das Gefühl, dass Göppingen jetzt so mit als erstes Team das so ein bisschen geknackt hat, dieses Tempospiel. Und es sehr, sehr gut unterbunden hat. Macht ihr euch ein bisschen Sorgen, dass sich das andere Teams abgeguckt haben könnten? Okay, natürlich, dass jetzt langsam alle wissen, was wir spielen, wie wir spielen. Aber es gibt auch etwas anderes, wo wir etwas verbessern können in unserem Spiel auch. Und ja, wir vorbereiten uns auch für das. Dann hoffen wir sehr, dass wir gut aus der Länderspielpause kommen. Apropos Länderspiele, hast du dir was angeguckt? Kroatien zum Beispiel? Ja, Kroatien auch, ja. Gegen Holland nicht ganz gut. Ein Punkt in zwei Spielen. Aber auch ich habe geschaut, Deutschland U21, wegen David Späth. Auch A-Nationalmannschaft, wegen Joel und unsere Spieler. Von Joel hast du nicht so viel gesehen? Im ersten Spiel leider wenig hat er gespielt. Für mich ganz in Ordnung. Und im zweiten Spiel hat er leider nichts gespielt. Im zweiten Spiel hat er gar nicht gespielt. Ich persönlich habe ehrlicherweise gedacht, okay, bloß keiner von den Löwen verletzt. Das ist am Ende ein Freundschaftsspiel. Und es war relativ interessant zu sehen, nach zwei Minuten in diesem Spiel, Deutschland gegen Dänemark, rasselten Paul Drucks und Matthias Gitzel ineinander. Wo ich mir da nur kurz dachte, jetzt stellen wir euch mal nur ganz kurz vor. Da verletzt sich ausgerechnet Gitzel gegen den eigenen Mannschaftskameraden. Also ich habe wirklich, jedes Mal, wenn Juri auf dem Boden lag, dachte ich so, ah, ah. Ja, wie im ersten Spiel. Ja, genau. Da hat er so einen, wir nennen das in Deutschland, Pferdekuss, so einen Eisbein bekommen. Aber es geht ihm wohl gut. Er ist wohl fit und kommt auch dann fit wieder zurück. David Späth, fand ich, hat eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt. Im ersten Spiel, erste Halbzeit, war in Ordnung. Zweite, zweite Spiel, zweite Halbzeit, sehr gut. Da war er sehr gut, fand ich auch. Aber der ist halt auch gerade in so einem U21-Spiel, er ist ja eh schon sehr körperlich und im U21-Spiel kommt das noch mehr raus, wie groß er eigentlich ist. Seine Leistung jetzt hat mir sehr gut gefallen und es macht ja Hoffnung auf die Zukunft, dass wir mit unserer U21, mit der Deutschen, die Dänen geschlagen haben, zweimal. Ja. Dann, äh, wollen wir ein bisschen weiter, äh, eintauchen in meine Lieblingskategorie. Ähm, wir wollen natürlich ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie so die tägliche Arbeit ist mit Apfel, Joel und David. Ähm, haben aber jetzt erstmal ein paar Fragen für dich vorbereitet. Wow. Löwen, Fragen, Löwen. Die erste Frage kommt von Philipp Aohansu. Er fragt, äh, wie ist es, jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, ich bin ein Gospodine. Ja, okay, Philipp macht immer Spaß, ähm, ja, schöne Gefühl, wenn, äh, wie Philipp, wenn jemand, äh, rufen mich, äh, Gospodine, das bedeutet Herr, Herr Jerkovic, Mr. Jerkovic. Ach so, okay, also was, 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 was bedeutet das? Keine Ahnung, einfach, dass, äh, ich hab ein Spitzname von Philipp, Gospodine, ja, das bedeutet, äh, Mr. oder Herr. Ah, okay, mir sagte das Wort gar nichts, okay, spannend. Ähm, Halid Jaganiac hat eine Frage gestellt. Panamera oder Cayenne? Also ich hab auch gestern erfahren, dass du, äh, dass du Porsche fährst. Ähm, Kia, Kia ist für mich das beste Auto. Ah, Gott im Himmel. Ich guck mal nochmal ganz kurz aus dem Fenster, wo steht, wo steht denn dein Kia? Das ist mein zweites Auto, ja. Heute bin ich mit meinem zweites Auto. Heute ist er mit seinem zweites Auto da. Ähm, ja, ähm, ja, du bist, du bist Porsche-Fahrer, wir müssen aber dazu sagen, ähm, ähm, äh, das ist, weil deine Frau da arbeitet, glaube ich, ne? Ähm, bin ich Auto-Expert, aber das, das ist wegen, dass meine Frau arbeitet in der Autoindustrie, genau bei Porsche, ja. Okay, weil, äh, deswegen, das ist meine zweite Auto. Aber die Frage, Halid sagt, äh, fragt Panamera oder Cayenne? Okay, äh, letztes Jahr, ich hab Cayenne und jetzt, ich hab Panamera, ich muss sagen, Cayenne ist ein bisschen besser für mich. Was für ein Porsche fährt Halil? Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht. Matchbox-Porsche. Äh, Christian, Christian Horsen fragt, welches Auto fährst du? Oh, gerade ich hab gesagt Panamera. Ähm, Ole Forsell-Cheffert fragt, bist du der beste Basketballer in der Mannschaft? Äh, nein, Benji ist der beste Basketballer. Benji? Ja, aber ich spiele in Mannschaft mit Benji immer, mit Ole, und, äh, nur wir haben ein Problem, wenn wir spielen mit Benji, wir brauchen zwei Bälle. Einen Ball für Benji und der zweite Ball für uns. Das heißt, Benji ist so Steph Curry? Das heißt, kein Ball für Benji und er macht alles. Okay, okay, run and gun. Run and gun. Wie man das so schön sagt. Ähm, also Benjamin Helanda, der Steph Curry der Rhein-Neckar-Löwen. Beste Zeit, ja. Ich hab letztes Video gesehen, wo du, äh, das Spiel entschieden hast, äh, per Buzzerbeater in der letzten Sekunde, oder? Ne, das war von, äh, das Ole hat gemacht. Ach, Ole hat den Dreier geworfen. Ach, Ole hat den Dreier geworfen. Ah, das hab ich falsch im Kopf gehabt. Das heißt, Ole ist derjenige, der mir den Ball gibt, wenn es in der letzten Sekunde einen nervenstarken Shooter braucht. Ja, Benji, bitte. Was macht dir denn so viel Spaß am Basketball? Äh, wir spielen immer Basketball, äh, letzte Training, einen Tag vor dem Spiel und, äh, es macht viel Spaß wie Fußball, wann ich spiele, ja. Aber hat das Fußball so ein bisschen abgelöst? Ah, beim Fußball bleibt immer so, dass vielleicht von sechs Spielen vielleicht alte Mannschaft, äh, gewinnen fünfmal. Ja, das haben wir schon gehört. Haben wir schon gehört, dass der Junge nicht ganz so gut ist. Und ich spiele nur, wenn fällt jemand, das bedeutet, dass ich spiele für alte Mannschaft. Du spielst bei Alt? Ja. Naja, das ist ja, ist ja auch deine Erfahrung pur, oder? Ja. Bist du ein guter Fußballer? Äh, jetzt nicht so, nicht besonders gut, aber vielleicht damals war ich gut. Okay. Jm15tsg fragt, wer ist der Handysüchtigste in der Mannschaft? Oh, schwere Frage. Keine Ahnung, weil, äh, bin mehr im Büro und, äh, mit Trainerstuff und die Mannschaft im Bus. Was viele sind mit Handy, dann schwer zu sagen, ja. Also wer, wer so im, im Staff drumherum der Handysüchtigste ist, brauche ich glaube ich nicht fragen. Flo, Flo, Flo. Ach Flo? Flo. Achso, ja gut, im Trainerteam. Ja, Trainerteam. Naja, gut, äh, stimmt. Ja. Ich war jetzt mal von Olli Roggisch ausgegangen, weil Olli Roggisch dem sein Handy ist ja. Auch, ja. Also, ich glaube, dass der es sogar schafft mit Zusatzakku. Der hat immer noch so einen Zusatzakku, den er hinten dran machen kann. Und ich glaube, er schafft es trotzdem, dass das Ding zweimal pro Tag leer ist. Ja, ja. Ich habe den Mann gefühlt noch nie ohne Handy in der Hand gesehen. Markus fragt, welche ist deine Lieblings-Torwart-Übung? Boah. Schwer zu sagen, aber ich mag Training mit Tennisbällen. Das mit kleinen Bällen, das wir machen Training und das ist sehr interessant und ja. Hast du mal mit Medizinbällen probiert? Wenig. Wenig. Nicht. Wenn man Medizinball hält, dann hält man auch den normalen Ball bestimmt, oder? Das ist zu langsam. Christine fragt, was machst du zum Abschalten? Abschalten? Zum Entspannen? Hockey. Nach dem Spiel. Insgesamt so. Hockey. Gute Filme sind immer gut. Gute Filme. Oder mein Hobby ist Schach. Ich spiele Schach. Ach. Das ist ja geil. Konnte ich früher auch. In der 6. 7. Klasse, aber irgendwie seitdem habe ich nicht mehr gespielt. Hast du hier jemanden mit dem du spielen kannst? Ja, mit Albin und mit Kickerlocke, aber sie sind noch zweite Liga für mich. Hast du noch keinen Schachmeister? Nein. In keinem Schachmeister deinen Meister gefunden. Was ist dein Lieblingsfilm? Gladiator. Geiler Film. Hast du mal Russell Crowe gesehen zuletzt? Letzte Zeit, ja. Bilder gesehen? Ja. Alter. Also ich meine, ich bin ja derbe so ein Jojo-Effekt-Typ. Also mal viel Gewicht, mal wenig Gewicht. Aber Russell Crowe wiegt ja mittlerweile 120 Kilo. Da ist nicht mehr viel übrig von damals. Jetzt kommt eine andere Filmrolle. Aber es ist ein sehr emotionaler Film. Was gefällt dir an dem Film am besten? Oh, das ist alles fast. Guckst du viele Serien und Filme auch im Bus? In der Serie nicht, aber auch im Bus spiele ich Schach. Ja? Ja, nur Schach. Aber dann gegen den Computer? Dass ich spiele gegen den Computer oder online gegen jemanden. Oh, das ist ja mega spannend. Julian, also Juli2n09 fragt, besser Mannheim oder Schaffhausen? Mannheim. Mannheim. Muss du ja jetzt auch sein. Ja, ich muss auch sein. Ja, also wenn wir kurz, also wir können ja ehrlich sein. Ja. Also von der Gegend her ist Schaffhausen schon schöner. Guck, Sportkultur in Deutschland ist etwas anderes als in der Schweiz. Das ist auch... Ich meinst du die Gegend? Okay. Um da zu leben, ist ja Schaffhausen schön. Aber ich lebe nicht in Mannheim auch. Das stimmt. Ich wohne in Ludwigsburg und ja, ich kann wenig sagen über Mannheim auch jetzt. Ludwigsburg ist eine sehr schöne Stadt. Ja. Das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Die Barockstadt. Ja. Barockstadt Ludwigsburg. Wie immer, eine richtig coole Fragerunde. Vielen Dank an euch. Danke an alle Fragesteller. Und jetzt geht es weiter mit der dritten Kategorie. Löwen Privat. Dagar, du bist ja das erste Mal hier. Deshalb wollen wir dich an dieser Stelle ein bisschen näher kennenlernen. Du arbeitest seit Sommer bei den Löwen. Umgezogen bist du aber dann noch nicht. Du wohnst in Benningen am Neckar. Ja, ich wohne in Benningen am Neckar. Das ist dann so ein Vorort von Ludwigsburg praktisch. Ja, vor Ort von Ludwigsburg. Und ich fahre jeden Tag eine Stunde bis hier 95 Kilometer von Kronau. Aber ist das nicht voll nervig, jeden Tag so lange Auto zu fahren? Einfach bis jetzt. Ich habe nur ein paar Mal Stau. Ich war ein paar Mal im Stau. Aber jetzt ist es einfach eine Stunde für mich. Und dann hörst du jedes Mal unseren Podcast? Fast jedes Mal, ja. Echt jetzt? Der letzte Podcast war mit David später, oder? Ja. Du bist quasi noch up-to-date. Hörst du gerne Podcasts insgesamt? Nein. Okay. Aber jetzt doch, letztes Jahr. Dann nehme ich das mal als Kompliment, dass du dir unseren anhörst. Ja. Macht dir das Spaß in unserem Podcast? Du machst einen guten Job auch. Och, Dankeschön. Da freue ich mich. Ja. Nicht schlecht. Warum ist das dein Lebensmittelpunkt geworden? Einfach. Ich habe damals in TVB in Stuttgart gespielt. Und meine Frau arbeitet in Zufallhausen. Und ich habe eine Wohnung. Und ja, das ist mein Mittelpunkt. Also es hat sich quasi einfach ergeben. Oder hast du dir gedacht, es ist auch einfach schön und bist so ein bisschen hängen geblieben dort? Einfach wegen meinem Job. Und wegen dem Job meiner Frau. Ich wollte einfach im Handball bleiben, da wie Trainer oder so. Und wann ich war in Schaffhausen, dort habe ich immer gefahren Montag, schlafen bis Donnerstag. Donnerstag, ich war zurück. Und ja, das war immer so. Ja. Schaffhausen ist ja bei den Löwen-Fans relativ bekannt, dadurch, dass Olli Roggesch sich da immer seine Uhren kauft. Oh ja, IWC oder Breitlingen. Alles mögliche. Weil die Löwen sind eine Zeit lang ja immer nach Schaffhausen ins Trainingslager gefahren. Und Olli ist ja glaube ich jedes Mal mit ein paar Uhren wieder nach Hause gekommen. Der kennt sich in Schaffhausen gut aus. Andi Schmid kann seine gute Konnexion mit Schaffhausen. Also Andi Schmid lädt ja immer alle in die Schweiz ein. Und ich glaube viele aus der Geschäftsstelle sind ja auch schon da gewesen. Also Andi Schmid, ich muss es auch unbedingt mal schaffen. Jedes Mal immer ja, ja, ja und dann kommt man da irgendwie nie zu. Du bist 2001 nach Deutschland gekommen, richtig? 2001 nach Eisenach bis 2005 in Eisenach habe ich gespielt, ja. THSV Eisenach. Wie war es für dich das erste Mal im Ausland zu spielen? Puh, für mich war es eine super gute Erfahrung, weil jeder Handballspieler, damals junger Handballspieler, war Bundesliga ein Traum. Und ich habe bekommen eine Chance, dass ich in Eisenach komme. Und für mich war es eine ganz schöne Zeit in Eisenach. Danach ging die Reise erst so richtig los. Ich sehe hier auf Wikipedia neun weitere Stationen nach Eisenach. Schwerin, Zagreb, Schaffhausen, nochmal Zagreb, Porto, Cretai, sagt man das so? Cretai ist ein Verein aus Paris, ja, in nächster Liga. Genau, Frankreich. Da ist so ein Accent über dem E, also Cretai, so sagt man es dann wahrscheinlich. Aus dem schönen Frankreich, aus dem schönen Cretai bist du dann nach Stuttgart gekommen. Ja. Auch schöne Stadt. Ne, hör auf. Nein. Okay. Nein. Also wir können uns über vieles unterhalten, aber wir können nicht darüber sprechen, dass Stuttgart eine schöne Stadt ist. Also Mannheim ist ja jetzt auch nicht wirklich, wenn wir jetzt rein sagen, schöne Stadt. Deswegen wohnen ja viele der Löwen ja auch in Heidelberg. Aber Stuttgart, ne. Also wirklich nicht. Dann warst du noch mal in Hagen. Nur kurz, ja. Das ist nicht weit von dir, oder? Genau. Genau. Ich bin in Hamm aufgewachsen, das ist in der Nähe von Hagen. Und dann warst du noch mal beim TSV Alfdorf-Loch. Das ist meine letzte Situation wie Spieler. Das ist einfach Baden-Württemberg-Liga. Und das war einfach für Spaß. Zweimal Training in der Woche, nur Spiel. Und ja, das war einfach für Spaß. Das ist aber witzig, dass das noch auf Wikipedia mit draufsteht. Und vor allem, es ist rot markiert. Das bedeutet, sie haben noch nicht mal eine Wikipedia-Seite. Aber hat dir das Spaß gemacht da noch? Ja, zweimal in der Woche Training. Das habe ich geschafft. Noch ein Spiel. Das war für mich interessant. Gibt es da dann auch Bierchen nach dem Spiel? Sicher. Das ist ja hier so ein bisschen verloren gegangen, sobald es ins Profitum kommt, oder? In Eisenach war es auch schon so, dass nachdem jedes Spiel Bier und Busbier war. Aber jetzt ist es hier ein bisschen, ja. Es ist nicht so Bierkultur. Hast du auch bewusst dich dazu entschlossen, viel zu sehen? Oder wärst du auch gerne mal bei einem Verein viel länger geblieben? Ich wollte auch nicht so immer auf einem Platz, dass ich bleibe. Ich wollte sehr viel. Aber auch ein paar Mal. Natürlich kommt es Insolvenzprobleme oder geht es in die zweite Liga oder so. Einfach, ja, ich wollte auch viel sehen, aber ja, das ist auch. Mhm. Da sind ja auch, wir haben ja gerade schon gesagt, da sind klangvolle Namen mit dabei. Wo hat es dir am besten gefallen? Puh. Okay. Der beste Handball ist in Deutschland. Die erste Bundesliga, das ist sicher. Aber vielleicht das beste Leben. Ich habe eineinhalb Jahre in Porto, in Portugal. Oh ja, das glaube ich. Das war echt eine schöne Zeit für mich. Handball war auch interessant. Nur wenn es spielt Benfica, Sporting, Porto. Das ist sehr interessant. Aber das Leben war echt sehr schön. Die Entwicklung des portugiesischen Handballs haben wir letztes Jahr in der Qualifikation zur European League relativ deutlich gezeigt bekommen. Ja, Benfica gegen Magdeburg in der Helf-Pokal. Ja, und vor allen Dingen, uns haben sie in der Quali rausgekickt. Dann haben sie uns alle so ein bisschen belächelt. Wie kann man jetzt gegen Benfica und Dissabon rausfliegen? Und dann haben wir nachher lachen können, weil die die European League dann einfach gewonnen haben. Und die waren ja auch sehr stark, muss man ja auch sagen. Du bist dann damals von Kretai wieder zurück in die Bundesliga gewechselt. Du warst da ja schon 38 Jahre alt. Hattest du da schon die Karriere nach der Karriere im Blick? Okay, ich wollte immer im Sport bleiben. Und ja, ich habe bekommen eine Möglichkeit, dass ich arbeite in der Schweiz bei Kadettenschauhausen. Damals habe ich dort auch gespielt, 2007. Und das ist super für mich, dass ich nach so langer Karriere, dass ich weiter im Sport bleiben kann. Du hast dann in Hagen, da hast du mit 43 noch Zweite Liga gespielt? Ja, 43 in der zweiten Liga. Ja, in Stuttgart schon mit 41. Und hast du dann aus Vernunft aufgehört oder hat dir dann auch dein Körper irgendwann gesagt, boah, komm, jetzt? Langsam mein Körper sagt, ja, ich bin fertig. Das Problem ist Training jeden Tag, aber ja, langsam. Das ist, als Torhüter kann man ja theoretisch, ich habe gestern in Hamburg nach dem Länderspiel Jogi Bitta aus der Nationalmannschaft verabschiedet mit 41. Und er hat halt klargestellt mit dem Mikro in der Hand, ja, Moment, Moment. Also es ist ja schön und gut so, aber ich beende ja nicht meine Karriere. Ich spiele halt einfach nur nicht mehr Nationalmannschaft. Bei ihm wird das ja auch so sein, dass er bis 44, 45 vielleicht noch Bundesliga spielt. Okay, ich habe auch Glück, dass ich mit Jogi gespielt habe in Stuttgart. Ja, ja, das habe ich mir noch gedacht gehabt gerade. Und das war so ganz einfach. Ich war schon 41 Jahre alt und es war ganz einfach, okay, Jogi, du spielst. Und ja, ich bin ein zweiter Mann. Hast du den Jungspunt spielen lassen? Jogi, komm. Komm, Jogi. Du bist ein junger Kerl. Du kannst ja noch. Alles ein geiler Typ, oder? Ja, Jogi, super Typ. Super Typ, super Torwart. Und ja, alles Gute. Warum, warum geht das als Torhüter? Warum kannst du als Torhüter so lange, so lange spielen? Okay, vielleicht laufen wir nicht so viel. Vielleicht haben wir nicht so viel Kontakt auch. Das ist auch... Und wenn wir so, wie hier bei Löwen, ein Trio, ein gutes Trio, wir haben Teil in Teil, Spielzeit und das ist auch wichtig, ja. 2019, 20 bist du dann nochmal in die Schweiz gegangen, wieder zu den Kadetten. War das dann noch so, dass du die alten Kontakte aus der Spielerzeit hattest und dann dir überlegt hast... Sportdirektor war mein Ex-Kollege, Spielerkollege. Jetzt Sportdirektor von Schaffhausen. Einfach rufen mich an und fragt, was machst du? Willst du zu uns kommen wieder? Und das war so. Was waren denn so die Alternativen? Was hattest du denn überlegt? Was wären so die Jobs gewesen, die du dir hättest vorstellen können? Weil man muss ja kurz dazu sagen, Torwart-Trainer ist ja ein Berufsbild im Handball, das ja jetzt erst wirklich die Renaissance so hat. Ich glaube, von 18 Bundesligisten hatten vor fünf bis zehn Jahren vielleicht zwei Torwart-Trainer, wenn überhaupt. Leider, damals war es auch so, dass ich damals keinen Torwart-Trainer habe. Der Torwart-Trainer ist einfach Co-Trainer, welcher war nie Torwart-Trainer. Und jetzt ein Torwart-Trainer ist einfach Heimus. Und ich habe Glück, dass ich in solchen Vereinen arbeite. Und ja, meine zweite Option war auch, dass ich mit Kindern arbeite, dass ich im Sport bleibe. Du hast jetzt gerade angedeutet, dass es hier für dich besonders ist. Was macht die Rhein-Neckar Löwen besonders für dich? Einfach, das ist ein Top-Verein. Das ist ein Top-Verein. Von Anfang, diese erste meine Kommunikation, natürlich erste Kommunikation war mit Sebastian, war später mit Oli, dann mit Jenny und SAP Arena und einfach ganze Geschichte. 2016, 2017, zehn oder 15.000 Zuschauer. Ganze dieses Paket zeigt, dass Rhein-Neckar Löwen ein großer Verein ist. Super Adresse für mich. Auf die Fans hast du dich gefreut? Einfach, ich wollte, dass ich einen Verein aus Baden-Württemberg habe. Ich war in Kontakt mit Göppingen und Ballingen und natürlich mit Schaffhausen. Aber inzwischen, das ist für mich die beste Entscheidung. Die Möglichkeiten sind bei den Löwen auch nochmal andere als in Göppingen, könnte ich mir vorstellen? Ich denke ja. Und auch, ich arbeite hier mit super drei Goalie, mit einem David Späth, welches für mich große Potenzial ist. Mit Apfel, ein Top-Torwart auch. Joel, auch jetzt Nationalspieler. Wer von den dreien ist für dich derjenige, wo du sagst, das kann richtig, richtig weit in die Weltspitze gehen? Gibt es da einen? Okay, wenn wir reden über Apfel, er war Weltspitze oder er ist schon Weltspitze? Ist auch so ein bisschen ausgeklammert jetzt. Aber hauptsächlich, weil Joel und David sind beide junge Kerl. Da liegt noch viel Potenzial. Und natürlich hat Joel schon die Nationalmannschaft geschafft. Das ist für ihn etwas groß. Und David ist da, er ist 21 Jahre alt. Und das hat einfach für mich großes Potenzial. Und ich denke, dass er in Zukunft auch in Zukunft schafft, dass er kommt wie ein großer Torwart. Hat dich das auch stolz gemacht, dass David jetzt schon zur A-Nationalmannschaft, zum Lehrgang eingeladen wurde? Bin ich stolz. Aber ich bin hier auch nur ein Teil vom Trainerstaff und diesem Verein. Ich bin stolz. Auch Mats Gruppe war mit U21, der U21 ist mit schwedischer Nationalmannschaft. Ich bin stolz, bin zufrieden. Weil wir schauen, letzte Saison mit vielen Verletzungsproblemen hier. Und ja, ich bin stolz und natürlich zufrieden. Einerseits die beiden Jungspunde. Was bedeutet es dir, mit so einem Torhüter zu arbeiten wie Michael Appelgren? Okay, es gibt da auch etwas immer verbessern. Bei Apfel auch. Ich muss sagen, bei Apfel ist ein Schwachpunkt. Wenn wir jetzt reden, was ist nicht gut bei Apfel? Diese langen Pässe oder so. Da muss er mehr Konzentration haben. Oder vielleicht sind einfach Fehler passiert, weil er hat Paper Finger oder so. Oder bei sieben Metern kann er noch besser sein. Und es gibt viel Potenzial da auch. Er kann noch besser sein. Du bist der erste festangestellte Torwarttrainer bei den Rhein-Neckar Löwen in der ganzen Geschichte des Klubs. Konntest du dir dann so ein bisschen noch raussuchen, wie dieser Job aussieht? Du bist ja auch Co-Trainer parallel, oder nicht? Nein, ich bin nicht Co-Trainer. Ich bin einfach nur Torwarttrainer. Und einmal in der Woche arbeite ich auch mit der Jugendmannschaft. Aber da ist Patrick Janke auch, der macht einen guten Job. Und ich freue mich, dass ich da bin. Aber wie ich habe gesagt, ein Torwarttrainer in der ersten Bundesliga ist ein Muss. Absolut. Wir haben jetzt immer so gesagt, wir hatten da niemanden. Aber man muss ja sagen, unser Co-Trainer war ja über viele Jahre Thomas Svensson, der ja eigentlich einer der besten Torhüter aller Zeiten vielleicht sogar insgesamt im Handball ist. Der wird mit Sicherheit auch viel mit den Torhütern gearbeitet haben. Aber es ist ja generell auch so, die Nationalmannschaft hat jetzt Matthias Andersson. Überall sind jetzt diese festen Torwarttrainer mit am Start. Du hast an der Swiss Handball Academy gearbeitet. Was ist das und was waren so da deine Schwerpunkte? Da ist einfach ein Internat für junge Talente, wo ich habe auch gearbeitet. Das ist auch in der gleichen Halle, wo ich Kadett in Schaffhausen spiele. Und ja, parallel war ich im Verein der Swiss Handball Akademie. Wie siehst du die Entwicklung des Schweizer Handballs? Weil einer unserer Legenden-Löwen wird jetzt bald Nationaltrainer von der Schweiz, Andi Schmid. Okay, der Schweizer Handball einfach langsam kommt auch hoch. Wenn wir sehen, jetzt auch in der Bundesliga gibt es sechs, sieben Handballspieler aus der Schweiz. Und das ist super gut für den Schweizer Handball, dass Andi zurück ist. Und ja, ich hoffe, dass er auch einen guten Job macht, wie wenn er war, Spieler. Ich habe gehört, dass unser Mannschaftsbetreuer, bester Mannschaftsbetreuer der Welt übrigens, Stefan Hausfeld, auch hier und da mal im Training unterstützt mit seinem großen Talent als Tennisspieler? Okay, ich muss sagen, ich bin ein schlechter Tennisspieler. Und wenn ich Hilfe mit Tennisbällen brauche, dann nutze ich die Hilfe von Stefan. Danke nochmal Stefan. Wie stolz seid ihr insgesamt im Trainerteam auf das, was die Mannschaft bisher schon geleistet hat? Okay, wir sind sehr stolz und wir wissen, dass wir einen guten Job machen. Und ja, bis jetzt läuft alles gut und wir sind sehr zufrieden. Letzte Frage. Am Ende der Saison stehen die Raneckerlöwen auf Tabellenplatz? Ach, natürlich. Ich träume den ersten Platz. Aber jeder Europaplatz ist für uns super gut. Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns jetzt erstmal auf das Auswärtsspiel in Leipzig, was wir alle verfolgen werden. Dann Hamburg. Dann Hamburg. Ganz wichtiger Hinweis für euch. Wir haben schon sehr, sehr viele Tickets verkauft für dieses Spiel. Aber es sind natürlich noch nicht alle weg. Das bedeutet, ihr könnt auf jeden Fall noch mit dabei sein bei diesem Kracher. Weil wir haben mit Hamburg schon noch eine Rechnung offen aus dem Hinspiel. Ja, das war die erste Niederlage oder das zweite schon? Ja, es war auf jeden Fall die unnötigste. Unnötigste, ja. Ja, es war auf jeden Fall die, die natürlich so nicht eingeplant war. Hamburg ist, also generell ist Hamburg ja für die Löwen ein schwieriges Pflaster. Nicht nur HSV, sondern auch Final Four über Jahre. Wir sind ganz froh, dass es jetzt in Köln ist. Aber ich glaube, wenn die nächsten vier Spiele, die sind glaube ich unheimlich wichtig. Siehst du auch so? Ich weiß. Jedes Spiel ist wichtig für uns. E klar. Jetzt, ich weiß, dass wir spielen gegen Leipzig, dann Hamburg kommt und ja. Ich sehe nicht so viel. Das ist einfach zu früh, dass wir denken über... Ja, das ist definitiv so. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Ciao. Und dann für euch natürlich, ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren auf diesen ganzen Portalen, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird. Und dann schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns sehr auf euch. Das war Löwenfunk. Eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar Löwen und RPA1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.